hallo hallo was hast du gefunden der suppe ich soll mich schon mal hinsetzen das ist so geil auf dem nackten boden so mehr die scharfe soße und kann jemand Oh Gott! Oh, beautiful! Bye-bye! Wir kämpfen um jeden Follower auf YouTube. Ey, was für freundliche Leute einfach, ne? Junge! Was ist denn jetzt los? Du bist doch total besoffen! Alkohol, ne? Der ist auf meinen Reifen draufgefahren von hinten. Hat sich dann hingelegt. Da kannst du ja nichts für! Thank you! So, dann lass uns mal. Hier ist es ja wenigstens noch in Ordnung, ne? Die Locals zahlen 5.000 weniger. Oi! Hey! Tup mal! Hello! 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 Hello, Mr. How are you? I'm fine. Perfekt! Guck mal, fick mal noch die Hände gereicht, Chat. Einfach nur Liebe für dieses Land. So, Chat, hier wird's matschelig. Das ist geil! Wow! Genau! Toni, wie ne junge Gazelle. Hier ist er. Oh! das ist wie als wenn du dich vor so einen feuerwehrschlauch stellst mit sicherheit oder jetzt sind wir denn stolz auf den toni sind wir stolz ja wir sind stolz ein feini bist du ich folge dir ja okay das wasser ist eisheit bestimmt oder aber gegen mich heißen typen war das wasser keine chance kurzzeitig ein bisschen mehr verdammt ich muss dich heute vernaschen haben wirklich ja sieh auch so ein bisschen aus wie so ein harley fahrer oder die kohle raus siebzigtausend jungen ist der hunderte sagt ihr hobbingen oder was hobbit nicey dicey wieso sehen meine kniescheiben komisch aus was sollen das aber gelb ist ja meine farbe weil ich bin laut buddhismus bin ich gelb ich krieg einen gelben bart und auf gelb kamen man die schrift gut lesen 28 vierter 24 wir haben heute den 28.7 ach scheiße guck mal bitte in die kamera rein willkommen bei den lostis oh nein ich glaube das ist zu ja du musst schon die dinge gerade noch über mich gelacht und dann nimmt sie das schloss hier und sagt oh nein das schloss ist ja zu wie kriegen wir das denn jetzt auf so foto fertig und eins reingelegt flutsch du bist ein arsch ich habe es schon mal gesagt das sieht aber wirklich aus wie so ein bisschen hobbingen hier ne by the forest kostüme leihen und dann kannst du ja fotos machen ja also die häuser sollen halt an die holländische an die europäische bauarchitektur erinnern wo das sieht jetzt hier so das ist mehr so fachwerk richtung eifel würde ich jetzt mal sagen ja 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 ich habe halt auf den auf den fotos gesehen dass hier natürlich das ist alles ein bisschen anders dargestellt gewesen keine ahnung ich finde das super schade das ist leider überall hier wo wir sind wo wir uns befinden lassen die einfach alles verkommen ich fühle ich hier petting zoo seid ihr auch dabei oh die werden gefüttert ach guck mal der kleine an Spaß 56 cent für zwei stunden fahrten für zwei bikes 6 5 6 6 6 7 7 9 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 Perfekt. Du warst zuvor schnell. Moin, soll die Farbe so? Ne, wir reklamieren das jetzt. Soll ich etwas sagen? Ist das okay so? Okay? Okay? Okay. Was wir auch immer so verrückte Sachen machen hier. You know the rock? He is my little brother. Oh ja, ich bin mal draußen. Bye-bye, guys. Bye-bye. Bye-bye, Mister. Thank you. Bye-bye. Bye. 12,93 Euro. Damit kann man leben, Chat, oder? Für das ganze Zeus hier. 2 Euro für das Ding hier. Danke, Chat, für den schönen Tag. keinen Tag! 12,2020 in 3 Wo aware... Bye-bye, Kato! Eins migler!